Martin, beschreib doch mal, was wir in den nächsten Minuten hören werden. Ja, wir möchten euch die Karte der Inspiration vorstellen, wie man mit der Karte arbeitet, was die Limitationen der Karte sind, wie die Karte entstanden ist und wo man sie bestellen kann. Ja, Michaela, erzähl doch mal, wie kam es eigentlich zu dieser Idee, zu der Karte? Ja, das war am Ende meines zweiten Jahres Coaching und Teamentwicklung und zu der Zeit hat mich mein Gedächtnis manchmal ein bisschen im Stich gelassen und ich habe mir gewünscht, eine Karte oder irgendwas zu visualisieren, dass ich die Möglichkeit habe, mich besser inspirieren zu lassen beziehungsweise, dass ich alle Methoden vom ISB, die ich gehört hatte in den zwei Jahren, so zu visualisieren, dass ich die alle auf einen Blick habe. Und dabei war halt eben die Idee, ob ich vielleicht einen Stammbaum mache mit verschiedenen Themen oder im U-Bahn-Netz wie in London, dass ich sage, okay, wie sind die Sachen miteinander vernetzt? Vielleicht erzähl doch mal, wie die Entstehungsgeschichte da war, weil das ist ja von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Was ist da eigentlich passiert? Na ja, also wir haben uns dann 2015 im Masterkurs kennengelernt und ich habe dann nochmal im Master erzählt, Mensch Leute, wäre das nicht toll, sowas zu haben? Und du warst auch Feuer und Flamme. Wir sind da mit voller Energie in den Sommer gegangen und haben uns häufig getroffen, quasi zwischen Köln und Wuppertal in und hergefahren und haben dann angefangen eben halt zu überlegen, was können die möglichen Schritte sein für unsere Karte? Martin, wenn ich denn jetzt jemand fragen würde, was steckt eigentlich in der Karte drin? Was würdest du darauf antworten? Puh, da steckt total viel drin. Also erstmal total viel Freude und Liebe und Arbeit vor allen Dingen von uns steckt drin. Es stecken auch ganz viel Input von ganz verschiedensten Personen, also in Ernst-Berlinie natürlich auch vom ISB und rund ums ISB und Masterkurs. Aber es sind auch externe Kosten natürlich angefallen. Wir haben viele Kilometer auf der Autobahn verbracht. Wir haben uns, weil wir beide nicht gut zeichnen können, haben wir uns Rad geholt, externen Rat eingekauft, um überhaupt sich mit dem Thema Visualisierung nochmal näher zu beschäftigen. Also steckt ganz, ganz viel drin und wir haben, glaube ich, ganz viel auch mitgenommen. Das ist die Karte der Inspiration, aber bevor der Inspiration kam natürlich ganz viel Transpiration. Ja, Michaela, jetzt, wie, wie, dann erzähl doch nochmal, wie wir überhaupt zu einer Struktur gekommen sind. Sieht so locker flockig auf der Karte aus, aber wie, wie hat man, wie sind wir eigentlich reingekommen? Erklär das doch nochmal. Naja, wir haben uns ja am Anfang Gedanken gemacht, wie finden wir denn jetzt raus, welche Methoden werden am ISB gelehrt? Und du warst eben Organisationsentwicklung, ich Coaching und Teamentwicklung, also hatten wir schon mal zwei. Also haben wir uns für den ganzen anderen Curricula auch noch die Ordner besorgt. Zum Glück hatten wir im Masterkurs Zugang zu allen Master oder allen Curricula. Dann haben wir uns zu Hause hingesetzt, haben eine Excel-Tabelle aufgebaut und haben dann angefangen, alle einzelne Methode zu inventarisieren. Also wir haben hinterher etwa über 560 Methoden ja zusammengesammelt. Das war eine Heidenarbeit. Und dann haben wir die Doppelten rausgenommen, wir haben die Unwesentlichen rausgenommen und haben immer mehr verdichtet. Bis wir jetzt dann auf die etwa 110 Methoden, die wir jetzt auf der Karte darstellen, zusammen hatten. Und die nennen wir ja, sage ich mal, die wesentlichen Methoden, die am ISB gelehrt werden. Genau. Es werden darüber hinaus natürlich noch viele mehr gelehrt, aber die haben wir als wesentlich identifiziert. Und so sind wir dann zu der Karte gekommen. Ich weiß noch, diese Arbeit im Excel-Sheet ist natürlich eine ganz andere Arbeit, eine sehr analytische Arbeit letztendlich, als sie wieder hier an der Visualisierung zu arbeiten. Genau. Hat nicht so viel mit Inspiration zu tun gehabt. Auch wieder Transpiration. Ja, genau. Martin, du hast ja eben schon mal kurz erwähnt, dass wir auch noch uns externe mit reingenommen haben bei dieser Arbeit. Erzähl doch mal, wie ist es zu der Visualisierung gekommen? Ja, wir hatten, du hast ja auch erwähnt, wir haben ja überlegt, wir hatten unterschiedlichste Bilder, wie man das darstellen kann und haben immer so rumgescribbelt und haben aber gemerkt mit der Vielzahl der Methoden, dass es einfach sehr komplex direkt wurde und sind wirklich an unsere Grenzen gestoßen und haben uns dann den Christian Ridder reingenommen. Das ist jemand, der professionell Sachen visualisiert und so Graphic Recording macht. Und es hat von der Chemie sehr gut gepasst und wir haben sehr gut im Dialog das machen können und er hat auch unsere Idee direkt verstanden. Er hat gesagt, das ist ja super mit den systemischen Methoden und dieser Methodenlandschaft und wir haben uns dann von U-Bahn-Karte über Baum, über allen möglichen Geschichten weiter vorgearbeitet, bis wir dann bei der Sternenkarte gelandet sind. Und dieses Bild der Sternenkarte hat uns direkt angesprochen, weil Sternenkarte haben immer Leuten Orientierung gegeben. Es ist etwas nicht Statisches und man kann wunderbar mit den Dingen spielen. Es gibt Klasterungen um Sternenbilder, es gibt Fixsterne, je nach Perspektive ändern sich auch, werden Sterne wichtiger oder unwichtiger und das hat uns von Anfang an auch immer angesprochen. Und so sind wir bei dieser Sternenkarte gelandet. Das ist sie ja jetzt und ich habe ja eben was über die Visualisierung erzählt, wie wir hingekommen sind. Aber erklär du doch nochmal, wie jetzt diese Karte einfach aufgebaut ist. Ja, was man sofort sieht, sind ja, dass hier irgendwelche Symbole auf der Karte sind. Das sind sieben Symbole und wir haben den Symbolen über Themen zugeordnet. Zum Beispiel der Tempel steht für Kultur, die gekreuzten Schwerter für Konflikt, die Gruppe an Menschen für Gruppen, der Fingerabdruck für einzelne Personen, der Apfel mit dem Mensch für Gesundheit, die Brücke für Veränderung mit dem Fluss, der da durchfließt und das Steuerrad für die Selbststeuerung oder Steuerung. Also Michaela, dann erklär doch mal, wie du, die Karte hängt ja bei uns beiden jetzt schon im Büro, erklär doch mal, wie benutzt du die Karte? Naja, also ich benutze sie in dem Fall, wenn ich zum Beispiel eine Auftragsklärung hinter mir habe, vielleicht auch für ein vorstehendes Coaching oder Workshop oder so, dann stelle ich mich vor die Karte, weiß zum Beispiel nach der Auftragsklärung, es geht irgendwie um Konflikte und ich habe natürlich irgendwie so Lieblingsmethoden, jeder hat die wahrscheinlich und denke mir, ach, ich würde gerne mal was Neues ausprobieren, aber mir fällt nichts Neues ein und ich möchte mich inspirieren lassen. Dann stelle ich mich vor die Karte und sage, okay, ich habe ja schon identifiziert, es hat irgendwas mit Konflikten zu tun, vielleicht hat es auch irgendwie ein bisschen was mit Veränderungen zu tun. Dann stelle ich mich vor die Karte und gucke auf das Symbol, nehme mich für Konflikte und lasse mich anlachen von den Methoden, inspirieren. Man sagt, ah, Krisenarten, Umgang, Dramadreieck, realische Inszenierung, was könnte passen? Genau. Und dann gehe ich in die Tiefe, in die Methode, vielleicht kenne ich die Methode ja auch gar nicht, suche mir die Informationen raus über den Campus, das machen wir ja gleich und schaue eben, passt es? Und dann weiß ich ja, ob es passt oder nicht, weil ich habe ja die Auftragsklärung hinter mir und weiß ja so in etwa, wie ticken die, passt das? Genau. Wie benutzt du die? Ja, ich habe die Karte ja bei mir auch im Büro hängen und ich habe sie im Rahmen der Peergroup-Arbeit genutzt. Und wir haben uns einfach als Peergroup um die Karte rumgestellt. Wir hatten das Thema zum Beispiel Kultur und wir waren immer wieder bei dem selben Thema. Und in der Diskussion mit den anderen Peergroup-Teilnehmern kam noch mal eine Diskussion auf, ah, was ist denn das? Und weißt du noch, was das war? Es ruckzuck war man einfach in einer Vielfalt von Methoden zum Thema Kultur jenseits der Lieblingsmethoden, die wir sonst immer verwenden. Und gerade in der Diskussion war das dann sehr bereichernd und inspirierend. Genau. Martin, ich stehe jetzt, ich stelle mir vor, ich stehe im Büro vor der Karte, suche mir bei der Kultur ein Thema aus, zum Beispiel das Seerosenmodell und es sagt mir nichts. Und ich möchte gerne wissen, was ist es und ich möchte gerne in die Tiefe einsteigen bei diesem Modell. Ja, das ist das Zusammenspiel zwischen der Karte Inspiration und dem Campus. Der Campus ist die interne Lernplattform vom ISB. Dort kann ich hineingehen und kann jetzt als Schlagwort Seerosenmodell eingeben und finde dann dort detaillierte Informationen, Handouts, Modelle, zum Beispiel zum Thema Seerosenmodell. Und das möchte ich jetzt auch nochmal genau vorstellen. Ich will euch kurz zeigen, wie das Zusammenspiel zwischen der Karte der Inspiration und dem Campus funktioniert. Wir waren ja bei dem Thema Kultur und jetzt kenne ich eben, habe ich meine Lieblingsmethoden, die ich direkt auf Anheber kenne. Und dann gibt es natürlich Methoden, die ich nicht, die ich passiv kenne, also die ich schon mal gehört habe, zuordnen kann. Und es gibt Dinge, die ich gar nicht kenne, wie Michaela ja auch eben gesagt hat. Und dann kann ich aber eben im Campus reingehen, mich anmelden dort und kann eben bei Bibliothek und Glossar, finde ich, finde ich viele Informationen und gebe einfach das Schlagwort Seerosenmodell ein. Und dann listet er mir alle Modelle, alle Dokumente und Audios, die im Campus zum Thema Seerosenmodell beispielsweise vorhanden sind. Und ich kann dort mir dann ein Dokument herunterladen zum Thema Seerosenmodell. Und wie alle Dokumente im Campus, finde ich die als PDF oder als Word-Format, dass ich die auch dort dann weiterverarbeiten kann. Und so funktioniert die Zusammenspiel zwischen Karte und Campus eigentlich optimal. Gut, Michaela, erzähl doch nochmal, wir haben ja lange diskutiert, was die Karte auch nicht ist, obwohl Limitationen sind. Erklär das doch nochmal. Das war uns ja ganz wichtig. Ja, und das ist wirklich wichtig zu wissen. Also, dass wir das an dieser Stelle nochmal ganz deutlich sagen. Denn die Karte ist kein Rezeptebuch oder sowas. Klient kommt, hat Anliegen A und man nimmt dann Methode B, weil das irgendwie da vorgeschlagen wird oder so. Das soll es halt nicht bedeuten. Nur weil jetzt, sage ich mal, bei Konflikten zum Beispiel eine Methode steht, kann es auch sein, dass trotzdem die Methode bei der Veränderung trotzdem passt. Also, es ist kein Rezeptebuch. Das wollten wir ja in diesem Film einfach nochmal ganz deutlich sagen. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Karte der Inspiration euch Orientierung geben soll in der vielfältigen Methodenlandschaft des ISBs. Genau. Und es soll Inspiration jenseits der Lieblingsmethoden sein. Die Karte kann euch auch die Richtung weisen, auf der internen Lernplattform Campus des ISBs und euch dabei unterstützen, den Campus noch besser nutzen zu können. Und es ist kein Rezept, sondern es soll einfach nur zur Inspiration dienen. Ja, am Schluss möchte ich gerne Danke sagen dem Masterkurs, der uns unterstützt hat. Thorsten, Amadeus, Volker, Angelika, Almut und dir, Martin, im Speziellen, weil wir haben zwei Jahre jetzt miteinander gearbeitet, um die Karte fertig zu bekommen. Danke. Ich möchte mich auch bei dir für die Zusammenarbeit bedanken. War ein sehr schönes Projekt und wir hoffen für euch alle, dass ihr genauso viel Freude an der Karte habt und in der Arbeit mit der Karte wie wir. Und ich möchte mich auch bei dir sowie bei dir machen. Wenn noch mehr die Karte noch mehr. Ciao.